Also du sagst auch, dass eine Revolution passiert quasi auch aus der Notwendigkeit heraus. Es ist nicht wie Che Guevara sagte, es ist die Pflicht des Revolutionärs, die Revolution zu machen, sondern die Revolution passiert von den Arbeitern heraus aus der historischen Notwendigkeit. Wenn die Oberen nicht mehr so leben können und die Unteren nicht mehr so leben wollen. Das ist richtig. Genau. Und wie gesagt, du hast ja mit Fasenpatia ein Beispiel genannt. Wie man Revolution machen kann. Und das sind ja dann auch die Arbeiterräte, die in den Betrieben sind. Und erläuter für die Zuschauer einfach nochmal die drei Grundprinzipien der Arbeiterräte. Die Arbeiterräte gibt es da noch nicht. Aber es gibt eben Selbstverwaltung und die Selbstverwaltung haben einen gewählten Sprecherrat. Ja, aber bei Fasenpatia ist es so, der wechselt jedes Jahr wegen die neuen Sprecherrat. Okay, ja, ja, ja. Ja. Rotieren quasi. So ist es ja. Aber nur diese Betriebsbesatzung, das werden wir immer mehr. Ja. Jetzt wieder bei dem kommenden Crash, ja, da sagen alle, die sich auskennen, das wird viel, viel schlimmer werden als 2008. Ja, es wird nochmal eine Spur extremer werden, denke ich mal. Und dann kann man sich vorstellen, dass Wiederkapitalisten aus dem Land abhauen und es veruntertagt wird. Dann sehen sich die Arbeiter auch dann erst recht gezwungen, da ihre Stellen, also ihre Betriebe beizubehalten und zu besetzen. Und sie in Eigenregie weiterzuführen. Also sie kommunizieren untereinander und koordinieren dann untereinander solidarisch. Ja, ja, und diese Koordination wird dann einfach umbenannt in Arbeiterräten. Ja, ja, genau. Sie verwandeln sich in Arbeiterräten. Nee, sie ist es nicht. Ja, ja, okay. Ja, in dem Moment, wo es so viele Betriebe sind, in der Verwaltung, die schon mehr als die Hälfte des Kapitals ausmachen, im Land, dann verwandeln die sich in Arbeiterräten, also. Ja, und so ist ja praktisch heute schon, dass wir praktisch die Babys, die Arbeiterräte, in den Ländern haben, auch in Frankreich gibt es eine Koordination. Ja, aber auch in Südamerika, in Argentinien und Brasilien auch. Ja, in den USA sind ja, hatte ich auch einen Bericht gesehen, von den ganzen Werken im Norden, wo Detroit, wo einst Chrysler Autos gebaut hat, da hatten sich auch schon viele Arbeiter zusammengeschlossen. Also da waren auch, da haben sie sich auch, glaube ich, die Betriebe gesetzt, besetzt, glaube ich. Nicht sehr besetzt. In Chicago gibt es zum Beispiel ein New Windows, also die waren praktisch extra Windows, aber da müssen wir, um dann mitzuarbeiten im Betrieb, erst 1.000 Dollar zahlen. Okay, ja, das können sich ja natürlich die meisten Arbeiter nicht leisten. Nee. Ich wollte nochmal zu einem Thema zurückkommen. Also, wenn quasi die Arbeiterräte die Macht haben in den Betrieben, dann entsteht ja eine Doppelherrschaft. Und das ist ja aus deiner Sicht wirklich die Herrschaft der Arbeiterräte, die wahre Lehre von Karl Marx. Es wird ja immer so missverstanden. Karl Marx, sag ich jetzt mal, wird in der bürgerlichen Presse dann verunglimpft und er wird dann sagen, er hat den Kommunismus erfunden und damit ist er auch schuld an den Diktaturen. Die Arbeiterräte siehst du als den wahren Begriff von Marx-Theorie an. Ja, das hat Marx-Theorie gesagt, der Friedrich Engels, der sagt in der französischen Revolution, ihr wollt wissen, meine Herren, was die Diktatur des Proletariats ist. Dann guckt euch die Kommune an, die Pariser Kommune. Die Pariser Kommune, 1871, ja. Genau, war deutsch und deutsch basisdemokratisch, ja. Der Marx erklärt es dann im Text, wie der sich zusammensetzt, wie der Stadtrat gewählt wird. Und zwar sind es Arbeiter, die dürfen nicht mehr verdienen als Facharbeiterlohn. Sie sind jederzeit Abwehrer, jederzeit. Und das Wichtigste ist, sie sind an die Beschlüsse der Bars gehalten. Also beim Arbeiterrat, wenn die den wählen, ist so, dass der Wähler entscheidet. Ja. Hier ist so, dass der Großkapital ist entscheidend, und sonst niemand. Ja. Da ist aber so, dass der Wähler entscheidet. Und der Abgeordnete, der muss es dann durchführen. Der muss es dann durchführen. Das ist im Grunde genommen alles eine Verhinderung des Machtmissbrauchs, die Arbeiterräte. So wie du die drei Prinzipien gesagt hast. Alles zur Verhinderung von Machtmissbrauch, jederzeitiger Abwählbarkeit, Gebundenheit an die Beschlüsse der Basis und nicht mehr als ein Facharbeiterlohn. Damit wird Machtmissbrauch effektiv verhindert. Ja, klar. Ja. Noch so eine Frage, die auch brennend interessiert. Also viele denken ja, den Marxismus, das ist ja dann halt diktatorisch von oben. Und ein marxistisches Denken könnte nur dann totalitär werden. Das sagen viele Antimaxisten. Kommen wir mal auf den Ostblock zurück. Ich kenne ja deine Meinung zu den Diktaturen des Ostblocks. Erklär dir meinen Zuschauern, war der Ostblock sozialistisch? Arbeiterräte gab es auch unter Lenin. Ja. Aber wie der Lenin gestorben ist, da war das so, dass es nur noch eine Arbeiterklasse von zweieinhalb Prozent der Bevölkerung gibt. In Russland, ja. In Russland. Und das langte nicht, um sich gegen Stalin zu wehren. Hinzu kam ja noch die imperialistische Aggression von außen, von sämtlichen Staaten, die in Russland eingefallen sind. Das kam auch noch dazu, oder? Und deshalb sind viele Arbeiter erschossen worden. Mhm. In dem Bürgerkrieg. Und, äh, das gab nur noch zweieinhalb Prozent. Wie in Afghanistan. Und da kann sich in Afghanistan auch nicht vorstellen, dass du eine Arbeiterrittspolitik machst. Das wusste auch Lenin und Trotsky. Die haben beide gesagt, nur wenn uns Europa hilft, sind wir gerettet. Ansonsten wird die Revolution erstickt und dann kam Stalin mit der bürokratischen Konterrevolution, ne? Ja, ich will mal so sagen, der Stalin, der hat das nicht alleine gemacht. Bevor der die ersten großen Morde gemacht haben, da hat er natürlich viel den Imperialisten Amerika und England in Hauptsache versprochen und hat gezeigt, dass er praktisch, äh, den Imperialisten praktisch, ähm, folgt. Mhm. Und dann haben die ihm zum Beispiel viele Eisenbahnen, Ja. Waggons und so. Zur Verfügung gestellt. Geschenkt praktisch. Mhm. Damit er den Krieg führen konnte, war er später auch. Aber dann haben sie ihn aufgenommen in den Völkerbund. Mhm. Da wurde er praktisch von der Welt anerkannt. Deshalb hat er das gemacht. Ja, ja, klar. Stalin war ja auch ein reiner, Realpolitiker. Er hat dann, er hat ja die, proklamiert, Aufbau des Sozialismus in einem Lande, ne. Und, äh, das kann ja nach marxistischen Maßstäben einfach nicht funktionieren, weil, äh, Marxismus immer international ist. Der, der Marx und der Engels schreiben ja, wir müssen die Revolution in Permanent machen. Ja. Ja. Also, bis über die ganze Welt ist. Mhm. So lange muss es da mal hingehen. Und, äh, ich denke mal, also das ist auf jeden Fall, äh, die Regierungsform der Zukunft. Also, dass die Menschen sich quasi von unten herauf selbst regieren. Jenseits des Kapitalismus, wenn der Kapitalismus zusammengebrochen ist, ne. Das ist anders gefragt. Kannst du dir vorstellen, dass ein Außerwärter einkaufen geht zum Edeka bin 50. Das gibt dann, also vorangeschrittene Länder, die haben kein Geld mehr und da gibt's auch nicht so ein komisches System bei uns wie bei uns, dass die Kapitalisten da mit anderen Leuten ausbeuten und damit Geld machen. Ja, das, man fragt sich das schon, ne. Macht, also, äh, aus meiner Sicht macht natürlich diese, äh, sagen wir, diese Gesellschafts-, dieses Gesellschaftssystem auch gar keinen Sinn mehr, ne. Also, äh, im Grunde genommen ist das, wie du, wie du auch immer sagst, das wahre Reich der Vernunft, ne. Die künftige, äh, äh, die künftige basisdemokratische Gesellschaft, ähm, und, äh, die nach den wahren Prinzipien des Marxismus ist, ist dann, sag ich mal, das Reich der Vernunft, wo die Menschen miteinander dann auch solidarisch wirtschaften, ohne Diktatur, ohne, dass jemand von oben sagt, hier, äh, ihr habt das und das zu machen, nein, der Produzent entscheidet, ne. Das soll weltweit so sein, ne. Der Marx sagt, dann leben wir endlich in unserer eigenen Geschichte, in der Geschichte der Menschheit, da wo, jetzt leben wir noch in der Vorgeschichte der Menschheit, aber dann schreibt der Mensch seine eigene Geschichte. Er schreibt sie selbst, ne. Also er ist der eigene Macher, äh, oder der, ähm, er ist nicht mehr nur Statist wie im Kapitalismus, sondern er ist der eigene Macher von seinem eigenen Leben in der neuen Gesellschaft. Das soll wirklich das Ziel sein. Äh, wie würdest du denn diese ganzen Staaten, die sich sozialistisch nennen, wie Nordkorea, Kuba, aber auch die ganzen osteuropäischen Länder und dann die Sowjetunion unter Stalin, ähm, was waren sie, wenn nicht sozialistisch? Also ich weiß es ja, aber meine Zuschauer wissen es natürlich nicht. Was waren sie aus deiner Sicht, wenn nicht sozialistisch? Ja, es waren Staatskapitalisten. Also das gleiche wie hier, nur da waren es Kapitalisten des ganzen Staates. Ja, ja, das war staatlich gelenkter Kapitalismus, war das, ne. Also nur vom... Ja, also Staatskapitalismus. Was sich dann so durchgesetzt hat, dass letztlich äh, der, der Krieg oder die Kriegsbedrohung dazu geführt hat, dass die Sowjetunion pleite gegangen ist. Mhm. Wie sie verschwinden und das wird bald sein, werden sie gemerkt haben, dass ihnen das alles nichts verdutzt. Dass ihnen das alles nichts verdutzt. die das war ist. Vielen Dank.